Hallo, mein Name ist Big. Ich komme wieder. Guck mal, ich habe jetzt ein neuer Kochstudio. Ein bisschen kleiner, aber ist nicht schlimmer. Es geht nicht um Kochstudio, es geht um Essen. Und heute kochen wir vegetarisch. Verschiedene Gemüse, thailändischer Art. Okay, wir gucken zuerst. Muss wir Bokkuri haben, Zwiebeln, Kalokken, Zucchini, und Aplika, Jima-Kohl, Kohle, Knoblauch, Chili, ein bisschen Wasser, Pfeffer, Salz, Zucker, Öl und Sojasauce. Aber helle Sojasauce, nicht dunkle Sojasauce. Es gibt zwei, ja. Es gibt dunkle und helle Sojasauce. So, müssen wir jetzt zuerst ein bisschen Pfanne, ein bisschen Hanis, ja. Machen wir jetzt zuerst harte Gemüse zuerst. Okay. So. 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 Ich kaufe nur noch eine Posse. Muss nichts über hier. Und dann Bokkuri. So. Okay. So. 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 So, jetzt fangen wir an. Öl, ja? Olivenöl? Ja, franzendöl. So. Warte kurz. Knoblauch, wir können auch nicht schalen oder ohne schalen. Und es gibt einen Trick, diese kolierende Wurst, nicht wegschmeißen. Wir können auch hacken. Mit Knoblauch. Und Pfanne ist schon heiß. Zuerst harte Gemöse. Brokkoli. Und Kalott oder so. Ich mache mit einen Chili. Und dann ist es ein bisschen mehr schärfer. Es ist ein Loll, dann mehr Chili. Rebuss aber auch nicht. Das Wiesel. Wir warten ein paar Minuten am Abend. Und danach Wiesel und Paprika. Und jetzt Knoblauch, Kohlenerwurzel und Chili. Das Wiesel habe ich schon vorbereitet. So. 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 Reis. So. 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 Ich probiere mit Reis, das ist besser. Oh, es war Ries. Ein bisschen scharf, ein bisschen süß, ein bisschen saßig. Perfekt. Viel Spaß beim Nachkochen. Ciao.